Jetzt kommt die Hottwolli von der U21 hier, die Törn ist Null, alle dabei, nicht? Alles top hier dabei! Alles super! Was war denn da für'n scheiß Platz an Altonau? Hä? Da war ja ne Wüste an Altonau! Da war ja scheiß Platz an! Ja, das stimmt! Haben sie extra nicht gewässert, glaub ich? Wahrscheinlich schon, ja? Acker gemacht! Fränky? Ja! Törn ist hier doch nichts gegen Altonau. Nee, aber der Platz war ja unnötig. Törn ist hier, Törn ist hier, Nürnberg, erste Liga. Du weißt, erste Liga, Nürnberg immer dabei! Alles klar, logisch! Ich fühlte sich alles gut da! Danke, mein Lieber! Bitte!